Das Video heißt Mauerschau 2014. Das Video heißt Mauerschau 2014. Und die Verwunderung, die Verwunderung, dass ich das jetzt immer noch, jetzt genau das Ganze so, aber dass jetzt irgendwas so wie es jetzt ist statt, dass jetzt nicht das so ist oder dass einfach jetzt nichts mehr oder vergessen und so. Das heißt Mauerschau 2014. Das Video heißt Mauerschau 2014. Das Video heißt Mauerschau 2014. Das Video heißt Mauerschau 2014. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.